Donet. Na, like is okay, like is okay. Okay. Eins, zwei, drei, zwei, drei und... Ich kenne einen Bäcker, der hat eine Mäsche auf aller Gäste. Ich kenne einen Urologen, der hat Homophobie. Ich kenne zwei, die im Stadthof arbeiten und Veganer sind. Ich kenne einen Fahrlehrer, der seufzt und deshalb lebt. Ich kenne einen Psychologen, mit seiner Kindheit nie verbunden. All diese Leute haben immerhin schon einen Job gefunden, nur ich weiß noch nicht, was zu überwerden ist und so viele interessante Sachen. Ich weiß, ich will auch nicht voll was ohne Menschen machen. Nichts mit Medien und nichts mit Bergen und nichts mit Lateinamerika, aber hauptsache ohne Menschen. Ich kenne einen Sozialarbeiter, der spürt sich hier oben. Ich kenne einen Rockstar, der macht seit 20 Jahren Krieg. Ich kenne einen Lobbyisten, der vom übrigen Aufschlag kriegt. Ich kenne einen Priester, der nanananana. Ich kenne einen, der der Krieg. Seine Frau ist seit Jahren verschwunden. Und all diese Leute haben immerhin schon einen Job gefunden, nur ich weiß noch nicht, was zu überwerden ist und so viele interessante Sachen. Ich weiß, ich will auf jeden Fall was ohne Menschen machen. Keine Bar und keine Band und Nisbezug war mal klar, aber hauptsache ohne Menschen. Ich kenne einen, der bei Facebook jobbt und keine Freunde hat. Ich kenne einen Eventmanager, weil ich finde nie was stark. Ich kenne einen Kostizisten, danke, der schlägt seine Frau. Ich kenne einen Promi, die kennt keine Sorgen. Es gibt so viele Wege, um es nicht zu sein. Irgendwann, ganz sicherlich, findest du auch geil. Das war jetzt schön. Oh, Geld verdienen. Oh, schon wieder genug.